Der Tunnelgräber ist entkommen. Wir müssen dieses Ding aufhalten, bevor es die Überführung erreicht. Wie es aussieht, haben wir Besuch. Wir haben es wohl mit seinen Kumpeln zu tun. Wir haben der Oberflächenwelt den Krieg erklärt. Ihr haltet uns niemals auf. Jungs, ihr hättet wirklich unter der Garde bleiben sollen. Wenn ihr glaubt, ihr hindert uns daran, die Stadt zu retten, dann habt ihr euch geschnitten. Wow, ihr seid ja schon ganz wild aufgestrahlt. Ein herrlich altbuddischer Kampf gegen Schult. Schult.